Die zu tun. Nett. Okay. Betty? Ja. Hm. Keine Ahnung. ... ... Da war es aber schon wieder da. Okay. Mal schauen, ob das jetzt wieder besser wird in den Fashion und Connecten. Du hast einen Chisel in der Hand? Ja, hier. Der. Das ist aber ein Dodio-Weed. Ah, hier. Okay. Okay. Moment. Abbauen kann man den. Achja. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Guck mal. Äh. Warte mal. Hä? Burn-Time 300. Ah, das ist jetzt nur für die Chest gedacht. Oder ist das bei allen Holzsachen? Burn-Time ist wie lange das im Ofen hält. Okay. Guck mal. Hier, pass auf. Ich habe das gemacht. Dann habe ich einmal so geklickt. Dann ist irgendwann das selber abgeschmiert. Bisschen behindert, ne? Kann sein, dass es einfach nur zu voll ist. Oder einfach nur zu behindert. Ich kann es nicht schicken. Okay, Berrybüsche. Halsmauskelett. Wir haben gerade einen wichtigen Auftrag. Wir müssen Energie erzeugen. Durch afrikanische Kleingehänder. Afrikanische Kleingehänder. Zombie. Klobärmisch. Mini-Zombie. Aua. Hauptzeit, Zombie steht direkt vor mir, ne? Trio oder Pozentos. Wir haben vorher den kleinen, vielleicht so einen kleinen Stupser gegeben, dass er uns nicht angreift, oder so. So, was heißt jetzt Elf Upgrade? Ist er dann Elf mal Elf, oder was? Wahrscheinlich, oder? Würde ich auch tippen. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Sollen wir die Blaubeeren da hinten auch mit abbauen? Ja, wir tun das Feld hier vorne am besten hin, ne? Wir tun die Blaubeeren weg. Käpt'n Blaubeeren. Hä? Heißt ja nicht Käpt'n Balloon. Alter, weiß ich schlackere dann ab. Was kommt da wieder? Ein kleiner neuer. Ja. So, ich hab 37. Das heißt, wir machen Mitte, machen wir Mitte hier. Von dem, also das Ding, der Harveste hier, ne? Da ist ein kleiner dabei. Autsch. Urain. Wo stellen wir den Harveste hin? Das musst du jetzt entscheiden. Schnell den Alfa hin. Kann ich den Boden machen, in der Mitte? Ne, warte, das war klar. Ne, der muss außen, der Blender muss in der Mitte. Kann man auf dem Mülleimer eigentlich auch ne Chefs machen, dass sie da reinlaufen? Mit einer Pipe oder mit einem ME machen. Ja. Kann ich einfach wieder alles einsammeln, ne? Soll ich hier so hin machen, den Ding? Da hin? Oder hier, oder... Meinst du das Feld reicht hier? Das reicht doch eigentlich, das hier, ne? Ja. Dann können wir das ja eigentlich... Machen wir hier so hin, den Plan, doch hier so. Ja, dann machen wir ihn hier hin. Ja, dann machen wir ihn hier hin. 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 Muss ihn, glaub ich, andersrum hin, ja. Ähm, rein hin. Aha. Ich mach mir mal eben aus. Okay, du hast noch einen. Dann machen wir den jetzt zweistöckig, ja, ne? Ah. Okay, jetzt bauen wir noch Chess. Du musst ihn zweistöckig machen? Ne, hast du, hast du drei Upgrades? Ach ne, stimmt, ja. Bauen wir erstmal drei Upgrades. Wir können die oberen erstmal in Ruhe wachsen. Bis der zweite Stock sowieso gewachsen ist, sowieso erstmal warten. Erstmal der erste. Genau. Oh, ein Broken Spawner, okay. Und das war deine. Ähm. Ja, warte mal. Jetzt brauchen wir Wood. Wood habe ich, okay. Da war ich eine normale Chest. Zwei Stück. Hab ich in der Hand. UTF? Ja. Okay, hab ich schon gewundert. Ich stehe einfach nur und denke, glaub ich. Das ist genauso wie wenn ein Flash nicht antwortet. Oder nichts sagt. Okay, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Man wundert sich immer, das ist doch normal irgendwie. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das wäre das jetzt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Bis hier hin. Und dann hundertundzwanzig Büsche. Wow. Das sind, ja. Ganz lustig. Hundertundzwanzig Büsche. Knapp zwei Stakes. Ich hab noch ein. Aua. Lass mich doch mal. Mensch. Geht mal weg. Wir müssen unsere Busch-Armee hier aufbauen. Wir dürfen uns nicht selber hauen. Busch-Armee. Achsbunden im Kopf, oder? Wer? Hast du noch eine? Bird. Ich hab noch. Ne, das ist ein. Das ist ein Maulo. 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 Maulo Berry. Maulo. Ein, ein Busch fehlt noch? Jaja, ein Busch fehlt noch. Ja. Ein Krockenbush fehlt noch. Ein Krockenbush? Ein Krockenbush. Ein Krockenbush. Maulo Berry. Muss erstmal alles loswerden hier. Ich tue immer alles in die Kiste rein. Ist okay. Oh, die ist schon wieder voll. Okay, wir packen Dirt und die Fackel raus. Oh, hier ist Glas. Neh mich raus. Hey. Blübenlein. Blübenlein. Geht da rein. Ist doch kein Wunder, dass hier überall Zombies unseren Scheiß sind. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ja. Aua. Jetzt kackt er wieder der Server, weil ich hier alles reinschmeiße. Okay, jetzt brauchen wir die Leed Stone. Leed Stone. Schmeißen wir überall immer irgendwas rein. Scheiß drauf. Kupfer brauchen wir dreimal. Und einmal ein Elektrum. Oh. Okay. Wo weiß das? Brauchen wir ein bisschen Leed. Wir brauchen Silver. D2 Elektrum. Danke. Warum steht hier so... Warum steht jetzt ne Badewanne hier? Weißt du, der macht nur Unsinn. Hab ich immer nur platziert eben. Warte mal. Hab ich noch nen Backup, brauchte ich grad nicht. Willst du die Badewanne haben, oder? Ne, lass mal. Du, voll wie so ne Badewanne. Ja, ich war da drinne. War wie ne Badewanne. Achso. Hallo. Aua. Hör doch mal auf, wenn man mich zu hauen. Ich bin... Klingt aber Spaß.